Wisst ihr denn, wie man das weibliche Schwein nennt? Nein. Weibliches Schwein nennt man Sau. Männliches Schwein ist der Eber. Und die Babys, die Kinder von den Schweinen, heißen Ferkel. Sind die Schweine eigentlich dreckig? Nein. Viele denken, dass die Schweine dreckig sind, weil sie manchmal matschig sind, Matschüberzug haben. Aber Schweine suhlen sich sehr gern. Das brauchen sie zur Körperpflege praktisch. Die Schweine haben, also Wildschweine auch, die haben eine richtige Suhle, die sie immer wieder aufsuchen. Richtig schön gefüllt mit Wasser und Matsche. Und da legen sie sich komplett rein. Bis hinter beide Ohren sind sie dann voll mit Matsch. Wisst ihr, wieso die das machen? Was könnt ihr euch denn vorstellen? Ja, wegen Sonnenbrand und Tiere. Genau, das ist ein Schutz für die Haut vor der Sonne und vor Parasiten. Also auch zum Beispiel Fliegen oder so, die kommen dann nicht an die Haut ran, sondern sind dann mit der Matsche abgewehrt.